Lange ist es her, da hat mal einer etwas angefangen zu holen. Etwas wie eine grosse Kaste, die Leute, die sie kommen zu holen. Hat einer gefragt, was soll das geäle Schiff, hätte sie gesehen. Aber es ist keines mehr gewesen und kein Sehberg. Weit und breit und breit. Trotzdem haben wir wieder schon mal geschämt. Wir sind hier im Frantic Wheel Studio, wo ich gerade dran gebe, zwei Mani Mater Souls zu adaptieren. Wieso ich das mache, ist der Grund. Am 20. November findet in den Schützinnoten eine Tribute nach dem Mani Mater statt. Er ist leider schon 50 Jahre tot und zu Ehre von ihm. Ich seht dann an dem Spiel. Es wird verschiedene Künstler dort haben, die ihre Songs in ihrer Art werden interpretieren. Und das wird sicher, sicher, sicher extrem spannend werden. Mit dabei zum Beispiel ist die Andara, Eliane Zeitel, meine Kleinigkeit, Jürgen Reinhard von Full House. In der Band ist der Schanky Weiser, Fabian Capaldi, Lialo, Elias von Arx. Also wirklich ein top Angebot, das dort aufgefahren wird. Die Eintritt sind lächerlich, wirklich lächerlich, 20 Fränkli. Und darum würde es mich extrem freuen, wenn ich dich, euch, euch alle, dort, wo ihr seht, wenn wir noch zusammen eins schnappen könnten. Und darum, Pies und Blümli, heben so zu uns alle. Take care. Bye bye. Mal noch hätten wir im Schiff gedrufeleid uns drei, aber gleich drauf ist es zehn Tonnen, doch der Stille g'siht...